Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Cristiano Ronaldo Squad Builder Battle. Tschüss! Freunde, es ist soweit. Das Duell steht wieder an. Cristiano Ronaldo hat diese Woche einen neuen Team of the Week bekommen. Den werde ich heute austesten und Stefan wird seine Food Birthday Karte austesten. Der hat 5 Sterne Skills, geile Karte. Mal gucken, wie der neue Inform da mithalten kann. Die Karte hat nur 622.000 gekostet. Deswegen bin ich mal gespannt, was der kriegt gerne da reisen wird. Also meiner kostet knapp 2,5 Millionen. Haben wir ja im Pack-Experiment gezogen. War auf jeden Fall ein sehr schöner, emotionaler Moment. Für die Nachbarn auch. Also ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich mit ihm gezockt. Der hat 5 Sterne Week Food. Wir werden ihn heute austesten, gucken, was er drauf hat. Und es wird auf jeden Fall teuer, 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 teuer. Ja, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben jetzt noch was sehr Interessantes für euch. Und zwar gehen wir da jetzt rein, bevor wir in die Teams reingehen. Und dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Also Freunde, heute geht es um SoRare. SoRare ist ein Krypto-Game. Genauer genommen ein Fantasy-Fußball-Sammelkartenspiel. Oder auch, um es zu vereinfachen, eine Mischung aus FIFA, Fußballmanager und Panini. Viele große Investoren sind ins Game eingestiegen. Zum Beispiel Ubisoft oder auch große Fußballer wie Grießmann. Sodass der Wert des Unternehmens mittlerweile bei über 4 Milliarden Dollar liegt. Und das Interessante ist dabei, dass man hier die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen. Dazu aber später nochmal in Ruhe mehr. Jetzt aber erstmal genau dazu, wie SoRare denn funktioniert. Es gibt digitale Fußball-Sammelkarten, die du entweder ersteigern, kaufen kannst oder dir natürlich auch verdienen kannst. Und jede einzelne Karte ist ein eigenständiger NFT. Mit diesen Karten kannst du dir dann ein Team aus insgesamt 5 Spielern erstellen. Und dann hast du die Chance auf weitere Karten oder natürlich auch auf Echtgeld. Wichtig hierbei ist, dass bei SoRare über 36 Ligen lizenziert sind. Sowie weitere Fußball-Clubs. Wie in FIFA ist es ein Transfermarkt, wo du die Karten kaufen, verkaufen, aber auch tauschen kannst. Und das ist hierbei auf jeden Fall die geile Sache. Und das Besondere ist auch, dass jede Karte einzigartig ist und auch nummeriert ist und somit natürlich auch einen Wert hat, der aber nicht fest ist, sondern pro Spieltag sozusagen durch die Live-Performance bestimmt wird. Also am Ende, je besser dein Spieler abschneidet, desto besser ist er auch im Wert und kriegt dann auch bessere Punkte. Und somit steigst du dann am Ende im Ranking nach oben, wenn ein Spieler natürlich besser performt und kriegst dann Belohnungen in Form von weiteren Karten oder auch Echtgeld. Gemeinsam mit SoRare verlosen wir unter diesem Video eine Jude-Bellingham-Karte im Wert von 500 Euro, die eurem Account gut geschrieben wird. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video liken, euren Benutzernamen in die Kommentare zu schreiben und das war's. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euch registriert. Als erstes klickt ihr hier oben auf Registrieren, gebt eure E-Mail-Adresse ein, euren Spitznamen, den ihr auch später unter dieses Video kommentieren sollt. Und euer Passwort. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, aus verschiedenen Vereinen eure Lieblingsvereine rauszuwählen. Und jetzt bekommt ihr ein Pack, wo ihr Spieler von diesen Mannschaften haben werdet. Was bekommen wir? Wir können diese Spieler jetzt für unsere Mannschaft aufstellen. Und wenn Eda Militao zum Beispiel gut performt, kriegen wir Punkte. Und mit diesen Punkten können wir in unserer Rangliste nach oben aufsteigen und immer besser und besser werden. In SoRare gibt es verschiedene Wettbewerbe, Freunde. Das bedeutet, es gibt hier, wie ihr sehen könnt, ein Turnier, wo man nur U23-Spieler einsetzen kann. Nur Spieler aus den Top-5-Ligen, nur den und den Kartentypen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, Freunde. Es gibt verschiedene Kartenfarben und die bestimmen die Seltenheit eurer Karte. Zum Beispiel die goldenen Karten gibt es tausendmal und nicht mehr auf dem ganzen Transfermarkt in einer Saison. Es gibt hunderte von den roten Karten. Es gibt zehn von den Super-Rare-Karten. Und es gibt eine Unique-Karte. Und ich zeige euch mal gleich, was so eine Unique-Karte wert ist an Echtgeld. Und ihr werdet euren Augen nicht trauen. Das ist einfach nur krank. Ich habe euch jetzt mal die Unique-Karte, die es nur einmal pro Saison gibt, von Haaland rausgesucht. Und die kostet einfach 1,3 Millionen Euro. Das ist wirkliches Echtgeld, Leute. Das ist einfach nur krank. Zum Beispiel Bruno Fernandes. Das ist 2019 seine Unique-Karte, die es nur einmal gab, weil ihn niemand kannte, wurde für 833 Euro bei SoRare verkauft. Jetzt mittlerweile oder knapp vor einem Jahr ging die Karte, wie ihr sehen könnt, für 51.000 Euro weg. Deswegen, Leute, wenn ihr Fußball-Experten seid oder viel mit Fußball beschäftigt, mit jungen Talenten und all sowas, dann ist das ja genau das Richtige für euch. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auch komplett kostenlos spielen. Just for fun, keine Frage. Aber ich will euch auch mal die Seite gezeigt haben, wenn ihr Geld in die Hand nehmt. Es muss auch nicht viel sein. Ihr könnt euch ja wie eine Road to Glory was aufbauen. Aber ich werde auf jeden Fall die kommenden Wochen jetzt auch damit starten und werde dann auf Twitch gemeinsam mit euch auch mal vielleicht mein Team bauen. Registriert euch kostenlos, schreibt euren Spitznamen, euren Benutzernamen in die Kommentare und ihr habt die Möglichkeit, einen Bellingham zu bekommen, der 500 Euro wert ist auf euren Account. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. Okay, ich halte einfach mal rein. Okay, also linker Stürmer und RM hast du, ne? Genau, ja. Ja, okay, gut. Also, wir fangen an mit dem linken Stürmer. Ähm, ja, ganz trocken. Ikone. Jetzt mal, ja, pack mal nochmal direkt den zweiten Ronaldo da hin. Und im rechten Mittelfeld haben wir eine geile neue Karte. Und zwar ist das die von Joe Cole. Diese neue Captains-Karte. Sehr, sehr nice Karte. Sehr, sehr nice. Ich bin mit Eusebio gegangen und mit der neuen Karte von sehr, sehr geil Cole. Nein, lauer doch keinen Scheiß. Ja, der kommt weg. Hast du aber auch, du kannst ihn halt dann geil mit dem rechten Verteidiger linken, weil du da jeden nehmen kannst. Äh. Genau. Aber ich muss sagen, Ronaldo, äh, gar keinen Bock. Hast du was vor heute, oder was? Willst du mir alles riskieren? Nice, Alter. Ja, steht natürlich einiges auf dem Spiel. Scheiße, Mann, der Cole. Ich hab gedacht, der ist nicht so offensichtlich, aber war wohl offensichtlich. Scheiße. Okay, komm, ich halt rein. Hier. Deine drei ZOMs. Ja, Ernesto. Äh, ich dachte mir, wir gehen einfach mal im ZOM mit einem schönen Mann. Der, der hat so einen Filter auf Insta, kennst du den? Trincao? Hast du dich schon mal gesehen? Ein Trincao? Mein Bruno Fernand, der hat doch so einen, kennst du doch, du hast das doch mal gemacht, sieht aus wie der. Ach so, ja, ja, ja. Genau, und dann gehen wir im ZOM, gehen wir mit einem Deutschen, und zwar ist das Kai Harvats, seine Champions League Karte, 91er Rating, und links gehen wir mit Flashback Tomas Müller. Ah, einen hab ich dir weggesniped, mein Lieber. Der Bruno war mir zu gefährlich, da dieser Perfect Link. Und, ich hab noch De Bruyne und Fernandinho aufgeschrieben. Scheiße. Schade, Marmelade. Willst du auch einen Torwart haben, willst du auch einen Torwart haben, ich gönne dir auch einen Torwart, komm. Ich hab dir doch gar keinen gegeben. Ach so, willst du mir keinen geben? Ich würde dir schon einen geben, Leon. Ja, willst du mir einen geben? Okay, komm. Ich würde dir einen Torwart geben, ja. Willst du mir auch einen geben? Ja, ja, ich geb dir auch einen, kriegst du auch einen, Kippa. Ach, egal, da geht alles über Tomas Müller, der ist schon ein guter Ding, der ist so ein schöner, süßer Boy, der lacht hier. Ja, der macht das. Dann gehen wir zu den nächsten Positionen. So, wir kommen zu den beiden Außen-Z-M's von dir. Z-D-M's. Ich halt rein. Okay, gut, dann machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Rechtes, zentrales, defensives Mittelfeld. Gehen wir mit... Ikona. Ikona, Ikona. Nein, wir gehen mit Jorginho. Totti. Und an der linken Seite gehen wir auch mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Ist letztens in der Champions League rausgeflogen. Hat, glaube ich, so den einen oder anderen Tippschreiben kaputt gemacht. Coriton, Tonson. Ja, gut, nee. Ikona habe ich falsch, aber den Tolisso habe ich. Tolisso und ich habe Ballack, Michael Ballack. Ballack, Junge, Ballack. Mein Gott, ey. Aber Stefan, hättest du mal einen Kimmich oder einen Goretzka nehmen können, ne? Aber der wäre zu offensichtlich gewesen. In der Tat. Okay, wer halten Sie rein? Halten Sie rein? Ich hab einfach irgendeine Scheiße hier aufgeschrieben, dachte mir, was kommt mir zuerst in den Kopf. Also, wir gehen im linken ZM, äh, linken Mittelfeld, sorry, linken Mittelfeld mit Gakpo, Gakpo von PSW Eindhoven, Futurestar. Daneben seinen Futurestar-Kollegen Gräfenbräuch und im rechten ZM Van de Beek Specialkarte. Die drei Holen. Alle drei, alle drei stehen es bei mir drauf. Kanté, Payet und Neymar. Kanté, Payet, Neymar. Ja, schade. Ja, ziehe ich dir um den Bildern was einfallen lassen. Super hier die Kombination. Ja, echt stark, also. Dankeschön. Scheiße. Okay. Dann der Außenverteidiger. Yes, yes. Kommen wir zu den Außenverteidigern. Mein Team sieht schön bronzemäßig aus, schön gefüllt. Ich halte rein, du kannst es machen. Also, Linksverteidiger, da hatten wir ja so ungefähr drei zur Auswahl, die wir nehmen konnten für den Stronglink. Habe ich den guten, strammen Max genommen hier. Ja, sehr lecker. Und rechts konnten wir auch nehmen, was wir wollen aus der Premier League. Aber ich habe mich trotzdem für den Engländer erschienen. Und zwar ist es Alexander Anholz. Voll ins Klo gegriffen. Ich habe Ojan, also kein Stronglink, sondern aus der Bundesliga und Azpilicuelta. Oh, ja gut. Das ist auch, ne, wegen Chelsea, weil Joe Kohl früher hat Chelsea übernehme ich einen Chelsea-Spieler. Ne, ne, so denke ich nicht. Ne, ich habe einfach irgendwas aufgeschrieben, was mit mir kam. Okay. Komm, ich halte rein. Gut, linker Verteidiger. Gehen wir mit einem Franzosen. Und zwar ist das Amavi. Und auf der rechten Seite gehen wir mit einem Premier League-Spieler. Ich, ja, wen nehme ich da? Wen soll ich da nehmen? Ich überlege, ich nehme einfach mal, ich nehme mal Tomiyasu. Man, ja, ich dachte, wo du sagst Franzose, habe ich ihn, weil ich habe den guten Roussillon aufgeschrieben. Ist ja auch eine geile Karte. Und rechts dachte ich, du machst jetzt hier auch den Chelsea-Spieler rein und zwar James. James. Nein, 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 nein. Wir machen ja ein bisschen, ich muss ja auch mal ein bisschen was aufbauen hier. Okay, dann kommen wir in die ganz, 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 ganz heiße Phase. So, Finale, Finale, Finale. ZM, ZDV ist polarized. Okay, are you ready? Ja, ja. Ja, wir kommen in der linken Innenverteidigung, gehen wir mit, und in der rechten Innenverteidigung gehen wir mit Sanchez, und im Tor gehen wir mit Hugo Lörris. Wo haben wir den denn? Ja, da fehlt mir die, ganz kurz, mit der geringfertigenden Variante, was denn? Ja, okay. Also, dass schon alles drin ist, ne? Ich dachte erst mal, ich dachte, ich bin Pembe, dann habe ich schon den guten Konaté, weil das alles Franzosen, habe ich noch einen dritten aufgeschrieben, den Hugo Lörris. Nein. Ich dachte, die Käpt'n's Karte. Nein. Ja, der hatte eine neue schöne Käpt'n's Karte, ne? Nein. Ja. Ach, komm, was soll ich denn jetzt tun hier? Super, super. Ach, du Scheiße, Leute. Ach, du Scheiße. Im Gegenzug snipe ich dir jetzt alle drei weg, pass auf. Okay, komm, wir machen so, wenn du einen hast, packe ich alle drei Bronxen, aber die kannst du eigentlich gar nicht haben. Nämlich griechische Liga. Nämlich passt. Aber komm, ich bin gespannt, ob du einen hast. Also, linke ZIV Innenverteidigung, gehen wir mit Mateos Costa von der Storyline, rechte Innenverteidigung, Lucas Berissimo und im Tor, Helden Leite. Ja, ist ein perfektes. Komm, pack die alle und schmeiß sie in der SBC, bitte, denn ich habe keinen einzigen. Nee. Ja, ich habe Cordoba, Smalling und Marignan. Ach so, ja gut. Habe ich schon häufig gesehen, habe ich glaube ich auch dem Keller einmal weggesniped, diese Kombi. Also, der musste dann richtig bluten. Hä, wie, als ob? Diese drei? Ja, ja, nicht diesen Suatis oder wie der heißt, aber den Perfect Link da. Ach so, ah, okay, okay, okay. Ja, gut, okay. Ja, ich überlege gerade noch, fühlt sich irgendwie ein bisschen viel Bronze an. Ich habe irgendwie, ja, ich bin bereit. So, bist du, oh man, jetzt her, sieh mal nicht mal die Nummer 7. Was ist das denn? Oh nein, ich habe es extra noch eingestellt. Ich dachte mir, was mache ich? Mann. Man. Die Trikotnummer. Thomas. Ja, zeig mal dein Happy Birthday hier. Happy Birthday. Happy Birthday. Aber der kann nichts wie rechts. Grävenboisch, Grävenboisch. Da ist er. Jawohl, Jorginho, mein Toti. Boah. Ja, guck mal, das fühlt sich super an. Ja. Schöner Ball. Jorginho, schönes Auge. Na ja, super. Na ja. Was sind das denn für Bälle? Stark der Torwart. Stark der Torwart. Mitte Nummer 8. Oh nein, mein Keeper. Torwart. Komm, komm, komm. Thomas. Fandl heute. Fandl heute. Fandl heute. Das ist der Torwart. Fandl. Oh jo. Ole. Fast gezummelt. Ole. Ronaldo. Boah. Was war das denn? Was war das denn? Alter. Sü. Boah. Mit der 7 so falsch gelaufen. Alter, was. Das war das denn für ein Schuss, Bruder. Junge, was war das? Eifig. Oh oh. Nein. Ja. Ja, du hast nicht mal Time-Finish gebrochen. Ja, das hat keiner gesehen. Ich hab den, glaube ich, richtig grün gebrochen. Ja, das wäre das Grün am Blinken gewesen. Hier ist grün. Hier ist grün. Hier ist grün. Es ist okay. Hier ist grün. Ach, scheiße. Engelhardt. Das ist die Mentalität. Nein, na. Ey, das ist offener. Das ist die Mentalität. Hallo. Ja, was sche... Die Mentalität. Was ist denn mit so einer raus? Ja, klar, Alter. Ey, was ist denn? Willst du dich verarschen? Hä? Einfach mal draufwetzen. Hä? Ja, da bin ich. Einfach abgelaufen. So abgekocht. Keeper, Keeper. Das ist Alexander. Abgekocht. Thomas. Jawoll, Junge. Oha. Stark. Da Kosta, der Havertz. Kosta. Nein. Oh, verladen. So verladen. So verladen. Ja, aber den will ich mal im Realize sehen, Kai. Den will ich im Realize sehen. Kai, merkt ihr das? Mann. Mann. Engelhardt. Thomas. Ach du Scheiße, Digga. Thomas Flank. Nein. Thomas! Oh nein, du! Du bist zum Held hier! Wie macht der den denn? Hör mal auf den Keeper da immer so rauszuholen. Hä? Ja, ja, ja. Ey, was passiert da? Ah, Kai, Tomiasu. Jetzt wird's ernst. Renn doch! Rot! Ey! Und noch mal rein! Jawoll, Uwe! Schöpfe meiner Mutter ernst, Alter! Krieg ich mal ne Karte! Gar nix! Ah, wenn der durchkommt, ey. Da muss noch mal die Grätscherei. Oh! 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 So böse, ne? Der ist zu gut. Junge. Aber war schon... Komm, Thomas Müller. Geh! Geh! Ach, Salz! Abseits! Ah! Ja! Wer war Abseits, ne? Ah, ich dachte, du spielst noch mal. Ganz ruhig! Oh, der kommt denn da! Oh! Ja! Ernst! Zeitfalls hier! Nur bloß Lee! Einmal rein! Jawoll, Junge! Denke, dass die Tore kämpfen! Und noch mal rein! Was passiert hier? Ja, Ronaldo! Ronaldo! Nein! Hey! Der macht dich ja so nass! Boah! Der macht dich so nass! Oh, Konter, Konter! Geh! Jetzt kommt der dreckige Konter, ne? Ja, 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 ja! Ah! Die zweite Hälfte sind gar nix von dir! Was ist denn da los? Hast du dich ausgeruht auf deinen ein, zwei schönen Toren? Ja, ehrlich! Komm, geh mal jetzt hier! Gack bo! Gack bo! Oh, oh! Der kommt jetzt mit der Flanke! Ja! Ronaldo! Let's go! Hedrick! 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 Wichtiges Ding! Boop! Ah! Jungs! Nein, bitte nicht! Ah! 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 Ich muss sagen, verdient für dich ist das nicht, ne? Ah! Ganz klar! Eigentlich jetzt schon mit drei Toren mehr verdienen müssen! Gewinnen müssen! Ja, ja! Also! Ah! Ernesto! Bessere sind die Gameplay von ihm geschenkt! Deine Formation war irgendwie gut gegen meine! Dieses scheiß 4-4-2! Damit kommst du auch nicht klar, oder? Ja! 4-4-2 ist absoluter Müll! Vielleicht hab ich deshalb so reingeschissen, Alter! 61% Ball besitzt! Oha! 14 zu 6 Schüsse! Ja gut! Ein Einziger! Eieieieiei! Okay! Bis gleich! Kann ich schon? Den darfst du! Ach! Kann ich schon! Okay! Boah! Ein Einziger! Boah! Ich hab grad dein Team vor mir! Boah! Digga! Es ist... Es ist einiges dabei! Du hast zwar auch schon einiges rausgenommen, aber es ist immer noch einiges... Einiges Schmerz... Jorginho! Cristiano! Ne? Die sind schon stark noch! Mhhh! Was kostet denn da so ein schöner Jorginho, ey? Luis, Frele, Jorge! 600k fast! Okay! Ah! Digga! Was laberst du? Was? Was laberst du? Ja! Lass mich doch mal überlegen, wenn ich den nehme, Alter! Ein Pick! Ich weiß nicht! Linker ZM! Echt ZZOM! Oder hast du vielleicht stehen lassen? So wie gegen Teasy! Hihihi! Ich glaub, du hast den Teasy-Move gemacht! Äh... Hm? Ich geh mit dem... Ich geh mit dem Stürmer! Ich geh mit deinem Stürmer! Hihihihi! Hihihihi! Nein! Dein normaler Stürmer! Der glatte Stürmer! Ganz vorne die Karte! Wo Ronaldo aufstand! Lass niemals... Stehen! Lass niemals stehen! Wirklich! Ich sag's dir! Ich lass nie wieder stehen! Wer ist da? Jorginho? Hihihihi! Ach! Ich lass einfach nie wieder stehen! Hihihihi! Was denn jetzt? Linker ZM! Rechter ZOM! Bronze gewesen! Ja! Nimm sie doch! Du triffst einfach Ronaldo! Nein! Wollst du auf? Warst du stehen lassen oder was? Warst du alles stehen lassen oder nur den? Ja! Ich hab einfach stehen lassen! Ich hab sogar noch versucht laute Knöpfe zu drücken damit... Ach! Keine Ahnung! Ja! Ich hab irgendwas gehört aber das hat sich ein bisschen so offensichtlich angehört, dass du irgendwie tack! Ja! Das offensichtliche! Mein Finger steck ihn in deinen Arsch! Ja! Das ist jetzt schmerzhaft! Der war richtig gut! Also... Kann ich... Können wir nicht noch irgendwie so... Kann ich den nicht einen Zehner runterschieben? Nee! Gar nichts! Das geht nichts! Denn Ronaldo hat leider nicht abgeliefert, ne? Sonst wird der vielleicht da noch stehen! Der hat abgeliefert! Der hat ein geiles Tor geschossen! Ja! War okay, ne? Aber der Geringverdiener Ronaldo hat besser gespielt! Okay! Er ist zwar untrayed, aber dann machen wir ihn einfach in der SPC rein! Dann gibt's ja auch keine bösen Stimmen mehr! Dann ist er weg und sagt Goodbye! Ciao! Kakao! Ja! Da sieht man Leute! Man muss nicht immer die beste Karte einer Karte haben! Nee! Ja! Man kann auch einfach ein bisschen Glück haben und die A eigentlich lutschen und dann läuft's! Genau so Leute! Ja! Lasst den Daumen da! Ihr Säcke! Ähm! War auf jeden Fall ein geiles Spiel! Geile Tore am Anfang gewesen! Mit den Distanzschüssen! War schon nice! Lasst den Daumen da! Und denkt auf jeden Fall dran, so Rare abzuchecken! Oben in der Beschreibung! Wenn ihr euch registriert, gibt's einen Benningham auf Nacken! Ne? Also einer von euch kann den gewinnen! Deswegen abchecken! Registrieren kostenlos! Und wir verabschieden uns jetzt aus dem Video Leute! Macht's gut! Wir sehen uns und Ciao! Ciao!